Die Friedrich-Vos-Straße Die Friedrich-Vos-Straße Die Friedrich-Vos-Straße Linksabliegen in die Sonderburger Allee Nun sind wir hier tatsächlich auf der anderen Seite des Nord-Ostsee-Kanals Schade, dass die Schwebe-Bahn nicht funktioniert Schade Musik 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 Das ist auch eine verbildende thematische Form in unserem Arbeiten, da wir mit der Vieldeutigkeit arbeiten und da wir die Bilder und die Fotografien und die Zeichnungen so anlegen, dass der Betrachter sich angesprochen fühlt und diese Bilder und Fotografien dann in seiner Assoziation weiterführt. Also im Gegensatz zu der Repräsentationsfunktion im 17. Jahrhundert sind unsere Bilder angemessen Funktionen für den Betrachter. Kamm-Obers macht aus allem etwas. Ein Bild von Martin Konrad hier am Hafen in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017